Hey ihr bewegt Bildchen, willkommen zurück zu Bendy and the Dark Revival. Hier ist Bendy und wir suchen eine ID-Card, um durch die Tür zu kommen. Oh yeah. Ein paar Chips, Mampfen. Gibt es hier was? Das gute Essen aus dem Abfall, wer kennt es nicht? Die Spielen immer deliziös. Das ist irgendwie überall creepy, meinst du? Okay. Jetzt. Ich glaube irgendwie nicht, dass jemand kommt. Ach guck mal. So viel leichter. Mal sechs. Hat er gesagt, welches Apartment? Vielleicht gar keins. Und noch weiter hoch. Was? The Keepers see everything. Die Keeper sehen alles. Oh. Die ID-Card. Wow. Wow. Wetten, er ist, ihr Vater. Kommt das hin vom Alter? Okay, vielleicht war er ja schon sehr alt, als er sie gekriegt hat, wenn es ihr Vater ist. Auf jeden Fall haben wir mit der ganzen Sache hier zu tun, wir sind bestimmt die Tochter von Ihnen, jemand Wichtigem. Das ist auf jeden Fall eine Erinnerung, oder? Dreams come true, Träume werden wahr. Das ist wieder das alte Studio hier. Wo sind wir? Ein sehr altes Ort, voll von Erinnerungen. Aber keine Ahnung, es gibt ein bisschen Geschichte, du musst zu hören. Bereits? Hier geht's. Auf jeden Fall, Audrey, ein altes Mann, der hat nur noch alles verloren. Joey. Right, the real Joey Drew. He blamed everyone but himself for his mistakes, but mostly he blamed his old business partner for abandoning their work years and years ago. A man by the name of Henry Stein, a great artist and a good friend. In his anger, Joey used an evil machine to create another world. A world made of paper, deep, where he'd torment his own version of Henry forevermore. But one day, a miracle happened. An angel came into Joey's life, a young woman by the name of Allison Pendle. She didn't visit often, but when she did, she saw something good in Joey no one else could, including himself. Through their friendship, he began to see the world with better eyes. So one day, in Joey's cartoon cycle of hatred, he gave Henry an angel of his own. To guide him when things were most dark. To always provide hope. It was then Joey decided to make something new. Something he had always wanted, but he could never have. A family. But not a cartoon one. What's this? Something real. And after many, many tries, he created something that made him happier than he ever could have imagined. A wonderful, loving daughter. Bright, kind, almost human. He created you, Audrey. What? Are you crazy? Listen, I know it's a lot to believe. Who do you think you are? I wasn't born from some machine. Flesh and blood. I'm not some kind of ink monster. Just because we're born of darkness, doesn't mean we belong to it. We're always free to choose. To believe what we want to believe. Take me back. Right now. I'm not listening to any more of your lies. Remember, who you are, Audrey. Leave me alone. Warum hat er nicht schon früher eingeweiht, zu Lebzeiten, als er noch am Leben war, meine ich. Das kann nicht sein. Warum hat er nicht schon eher gesagt? Ich meine, Karten habe ich denn? Drei. Okay. Eine geht noch. Ah, ich muss kurz weggehen vom Auto warten. Ich verstehe. Wie gesagt, ich mache trotzdem EWG. Weiß ich nicht. Macht das Sinn? Alter. Eine Upgrade-Station wäre echt mal ein Depp so langsam. War da nicht noch einer? Egal. Weißt du, jetzt wo ich eine bräuchte, habe ich keine, jetzt wo ich die Teile habe. Wow. Blödes Mistvieh. Dass ich aber auch nicht blocken kann. Kann ich blocken? Nee. Ach, warte mal, da gibt es noch mehr Mülltonnen-Essen hier, ne? Ich habe natürlich alles gegessen schon. Oh, Audio-Rekorder. Already? With a smog smile. Hahaha. I didn't even bother to answer. I just picked the whole thing up with one hand. Spindi. Ich bin sicher, dass sie mir und meine Muscle sind. Ja, da haben wir ganz schön einen starken irischen Akzent gehabt. So, was haben wir denn? Warte. Good job. Ähm, ja, erste Woche im Gent-Workshop und ich kann schon sagen, dass es interessant werden wird. Äh, kannst du diese Stahlbalken heben, haben sie mich gefragt mit einem Lächeln. Äh, ich antworte nicht mal. Ich hab einfach das ganze Ding aufgehoben mit einer Hand. Und, äh, sollte einige Kiefer runterfallen lassen. Alles in allem habe ich bemerkt, dass dieses Gebäude nicht für jemanden meiner Größe gemacht ist. Jedes Mal, wenn ich, äh, an den Regalen vorbeilaufe hier im Workshop, fallen die Sachen auf den Boden. Äh, dann, außerdem muss ich mich jedes Mal bücken, wenn ich durch die Tür durch will. Außerdem, äh, es gibt aber noch einige positive Dinge hier, wenn ich hier arbeite. Ich nehme zum Beispiel den neuen Sekretär. Weil die neue Sekretärin, sie ist ziemlich, äh, ziemlich schüchtern und hat blonde Locken. Was? Die, die Mr. Grey folgt. Ich bin sicher, dass sie mir, äh, dass sie mir an meinen Muskeln schon mal einen Blick geschenkt hat. Ich bin aber kein guter Redner. Ich bin ein ziemlich arbeitsamer Mann und, äh, was, ich, äh, bin ich sehr gut mit Frauen. Okay. Ich kann mal ein Loch reinhauen. Ja. Ich bin mal Stamina wieder. Lebensenergie ist irgendwie... Wo ist Bendy? Wo ist Bendy? We are the Keepers. Ja, und da haben sie schon ein paar aufgehängt. Ich stehe schon wieder... Natürlich ist es Bendy. Natürlich ist Bendy der Tintendämon. Alter, du... Warum kommt das Vieh immer wieder und was ist das überhaupt? Geburt, ey. Ich weiß nicht, ob ich eine Frage stellen. Ich glaube, dass jeder seine eigene Geschäft hat. Du hörst etwas, du siehst es selbst. Aber wenn du so viel Zeit in und aus dem Jungs wie ich habe, du lernenst, dass du deinem Kopf schmerzt über die Dinge, wißt du. Also, wenn ich das hier an, in einem Journalisten, die redet, Gendt Corporation looking for research subjects, betrifft 3.50 pro Woche. Ich dachte, es wäre gut für mich. Einfach Geld, nicht wahr? Mit meinem Rekord? Du kannst es nicht anstrengen. Aber es ist wirklich falsch, was in diesem Ort passiert. Ich meine, ich habe schon mitten Menschen gesehen. Aber hier ist es wie ein Weg für die Leben. Ein Zeitungsmarsch. Sie schlafen aus den Körper und sie erscheinen durch die Schuhe. Vergangenen Männer aus der Straße. Hatten, um zu sterben. 3,50 pro Woche. 3,50 pro Woche. Ich meine... Hallo. Achso. Mal können Fragen beantworten. Ich glaube, jeder hat sein eigenes Geschäft. Wenn du irgendwas hörst, dann vergiss es einfach. Wenn du so viel Zeit in etwas verschwendet hast, so viel wie ich, dann lernst du, wie man die Klappe hält. Out the jug. Egal. Also habe ich dann mal in der Zeitung gesehen. Jen Corporation sucht nach Forschungsobjekten. Oder Subjekten. Zahlt 3,50 die Woche. Ich habe mir gedacht, ja, easy money, oder? Mit meiner Vita kannst du dir sonst nichts leisten. Und darf es nicht wehderisch sein. Aber es hat sich herausgestellt, dass irgendwas richtig falsch ist mit diesem Ort. Ich meine, ich habe vorher schon tote Leute gesehen. Aber hier ist tot quasi der Weg des Lebens. Ein Uhrwerkmarsch. Sie lassen die Körper einfach verschwinden. Sie lassen sie einfach die Rutsche runterrutschen. Haben vergessen die Menschen auf der Straße zu bezahlen. 3,50 die Woche. Ja, gut zu wissen, dass Bendy unser Freund ist, aber auch gleichzeitig unser Feind. Der Ink Demon ist wahrscheinlich nicht unter seiner Kontrolle dann. Leichen hier. Fies. 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 Brauche ich wieder eine Kombination. Aber ich werde jetzt über unsere Upgrade-Station, wenn es geht. Ah, endlich. Meine Güte. Ja, komm. Upgrade. 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 Yeah. Shockpipe. Ähm. Ja. Fies. 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 Ja. Fies. 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 Alles klar. Ich werde eine super Angriffsserie entfesseln. 5,23, da steht es doch schon. Sehr gut. Ja, aber doof, dass hier dann wieder entladen wird dadurch, ne? Das sind doch wohl die Keepers. Anomaly detected. New subject. Designation required. What are you? What is your purpose? My name is Audrey. I'm not here to cause you any trouble. Look, I just want to go home. Please. Can you help me? Feisty. Erratic. Dangerous. We've not seen one like this before. I'm sure we can reach an agreement. Let's just talk. Who are you? We are the Keepers. Order. Control. Eternal. Eternal. We serve the many by serving the world. The machine must endure. Where did you come from? Dachte ich mir das doch. Can you take me to him? He wanted me to find him. Dangerous. Much to dangerous. This subject is without illness. Please let me see him. Subject has been deemed hazardous. Toxic things activated. Wait! Stop! Come back! Huh! Boat! Oh, no, no. Not bad. Okay. Das war doch klar, dass das passiert. Oh, no. Oh, no. Oh, no, no. Ja cool, dann kennen wir die jetzt auch. Cheap Songs. Warum weiß Joey das eigentlich nicht, Joey Drew, dass sein Bendy gerade Amok läuft? So ein bisschen. Wir sind überwältigend, die Viecher. Oh. So wie es aussieht wohl nichts. Ich helle mich dann auch direkt mit einem Schlag. Wie ich auf seine Kabel getreten. Deswegen habe ich dann entdeckt. Das hört ihr nicht, oder was? Was ist das? Listen. Experiment 13. The Ink Demon is successfully sedated for transport. Laboratory 9 is prepared for arrival at the receiving bay. Okay, das muss ich jetzt nicht groß vorlesen. Ja, da irgendjemand ist sediert und sobald er aufwacht oder wenn er aufwacht, soll er terminiert werden. Und man soll auf jeden Fall warten, bis Wilson auftaucht. Ey, wie sie diese kleine Dings nicht hoch kann. Kleine Kante hier. Aber nicht hier rein, oder? Oh ja? weiter. Das war's. Was ist das? ein bisschen dumm also ein wenig oktober 1952 ouch Das ist das Leibchen. Was ist dein Ernst? Heidi? Was ist denn die Heidi? Da oben liegt was. Kommt man also rauf? Ah, da ist ein Leiter sogar. Super geheimer Text. Werde jemals geträumt. In den hinten schwindenden Jahren meines Lebens habe ich jemand wichtigeres gefunden, als jedes Stück Kunst, das ich hätte machen können. Für all das Böse, was mir widerfahren ist, ist mir endlich etwas Gutes geschehen. Wenn sie lacht und lächelt, dann füllt es mein Herz und es fließt geradezu über. Wir spielen und reden und lernen voneinander. Es gibt keine Zeit. Was? Es gibt nicht so viel Zeit, also zählt jeder Moment. Äh, anders als die anderen vorher, die mich immer Onkel genannt haben, bin ich froh, dass sie mich jetzt Dad nennt. Denn sie ist wirklich meine Tochter, Joey. Ah, da geht es wohl um uns, hä? Du siehst mich nicht. Der war schon ein bisschen fies aus, die Typen. Ich da rüber. Au. Mal wieder. Experiment 26. Frequented delays due to the ink demons refusal to terminate. Keepers have administered two hourly sessions of physical tortures and surgical invaders. All of these efforts have been ultimately unsuccessful. A new method of control must be devised. Termination impossible. Okay, er sagte, ach toll. Also, man kann den Dämonen nix anhaben und es muss eine neue Methode zur Kontrolle gefunden werden. Kommt da nicht rüber, aber ich glaube, da ist auch nichts, oder? Was soll die olle Heidi jetzt? Oh. 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 Oh? Oh. Oh. Oh, da ist sie. Oh. Ohne Spass. Ist ja nett. Oh, Fast Travel. Ähm, ja, was, äh, was dahinter ist, ist jetzt davor. Interagiere mit dem Linker Pipes, um schnell zu reisen zwischen zwei verschiedenen Locations. Ähm, dunkle Orte, wo du schon bereits warst, könnten neue Geheimnisse bereithalten. Schon bereits, ja. Wo du bereits warst, könnten neue Geheimnisse bereithalten. Sehr cool. Okay. Gieß gut aus hier. Äh, der Keepers sind meine Freunde. Sie haben ihn weggesperrt, wie ein Tier. Nur weil er groß und stark ist. Aber sie müssen ihn nicht fürchten. Nein, sie sollen... Äh, sie sollen ihn einfach nur füttern, von Zeit zu Zeit. Der große Steve tut keiner Fliege was zu leide. Ähm, er liebt das... Er liebt das Essen von der Little Devil Lounge am meisten. Äh, wenn du jemand da hingehen würde, durch die Abwasserkanäle, durch den Aufzugsschacht klettern würde, und ihm seine liebste Delikatesse holen würde, dann würden sie sehen, wie harmlos er wirklich ist. Ah ja, ich muss zur Little Devil Lounge. Für die Nebenmission wahrscheinlich. Eben gibt es so hohe Schlagzeuge und Upgrades, merke ich. Pun intended. Äh, Schlagzahl. Ähm, so. Auf jeden Fall, dass ich schneller reisen kann. Äh, äh, äh. Oh, shit. Das sollte ich jetzt erst mal noch nicht tun. Oh, so habe ich das Ding eingeschaltet. Das wollte ich nicht. Ja, wir haben es geschafft, dann irgendjemanden in eine Form genannt Bendy zu pressen. Er ist kleiner und harmloser in diesem Zustand. Seine Kraft ist auch reduziert. Hm. Wir nutzen Stahldrähte, um sie in seinen Körper zu stecken und erhalten emotionale Ergebnisse. Äh, emotionale Antworten. Okay, es wurden Tränen dokumentiert. Schreie in Agonie und Schmerz. Es war schön zu sehen, dass wir, äh, dass wir Fortschritte machen. Der Inktiemann wird bestehen in seiner kleinen Form. Okay. Durch ein Locus gespült. Ja, willst du aussuchen, wo wir jetzt rauskommen, oder wie, oder was? Was sind wir denn jetzt? Ach, wieder hier. Ah, da steht es ja auch. Ne, warte. Das ist ein Linker. Okay, also da geht es halt nur zurück an diese Stelle hier. Street Exit. So. Little Devil, what is this denn? Groceries? Sehen wir mal so den Quests. Ne, ne? Aufgelöst. Little Devil. Good Tower Café. What is this denn? Oh! Das ist ein Stück Scheiße. Sorry, mir gleißt es manchmal. Alles klar. Ich weiß jetzt, wo ich was finde für Steve. Da muss ich ein ganzes Stück gleich zurückreisen. Das mache ich jetzt auch in meinem Zeitraffer. Ich mach das? Hold Black. Ich mache das jetzt gleich. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, den Rückweg spare ich euch jetzt einfach mal, weil das ist genau dasselbe nochmal in grün. Und ich hoffe, ich werde nicht sterben dabei. Deswegen, ja, sehen wir uns gleich bei Steve wieder. So, 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 auch sein, Heidi hat es versprochen. Oh, shit. Konsumt. Ist es dein Ernst? Es gibt nicht mal einen Rez... Okay, ich komme nicht mal irgendwie aus dem Brunnen wieder raus. Die fährt jetzt einfach weg. Ist einfach verschwunden. Das ist schon scheiße. Hier gibt es nichts zu verstecken, ne? Ich finde es immer noch, bei Steve hätten sie wenigstens ein Achievement geben können. Dass man den... Mit einem Snack verfüttert hier. Objekt 414 ist es... Kannst du... ...helfen mir? Skinned? Du musst dich wirklich verloren haben, um dich zu fragen. Ich bin nur auf die Antworten. Über die Keeper, Wilson, der Cycle, alles könnte helfen. Was ist dein Name? Audrey. Was ist dein Name? Honestly? Ich habe almost vergessen. Ah. Mein Name ist Henry. Have you been a prisoner long? When the Keepers think you're a threat to their plans, they lock you away. Forever. Still, it's given me time to think. Things like, if you haven't eaten in years, you might not be human. Why would you be a threat to them? I'm what they call a cycle breaker. Once upon a time I knew how to start the cycle over. And when that happens, everything begins again. Completely new. Obviously Wilson and the Keepers don't want that to happen. How did you do it? Reset the cycle. Turns out the Ink Demon himself is the king. This world is his, but even he must obey its rules. For now at least. If you can get him to look at something very specific, it will reset everything. What is it? It's just a reel of film. Labeled with the words, The End. I can see it in my mind every day. They keep it upstairs in the pit. I'll see if I can break in and steal it. Maybe, if I reset the cycle, we could make things better for everyone here. And what about you? I just want to go home. So did I. Good luck, Audrey. If you need me again, you know where to find me. Hm. Was das für ein Geräusch? War das nur der Schieb? Okay. Oder der Shutter hier. Hat der Leichen überall. Das ist schön. Mann. Der Drecks Jumpscare immer. Geil Stück Kacke. Du weißt immer mehr, dass ich dich befreit hab, du Arsch. Ein bisschen Essen. Objekt 928. Are you worried to walk with angels? Are you worried? Ist das wert, mit Engeln zu laufen? The Pit. Verband. Ich glaub, viele von denen sind noch nicht mehr am Leben, hm? Hier eingesperrt wurden diese Objekte. Alter. Wenn das aber nicht Horror ist, dieses Gesicht, oder? Wenn das aber nicht Horror ist, dieses Gesicht, oder? Ah, noch. Ah. Oh mein Gott. Es ist krass. Schön, also Cyclebreaker wollen sie ja nicht, ne? Ich werde den Kreislauf beenden. Ich werde nicht nur den Starten, ich werde ihn beenden. Ich sag's euch. Der dumme Wilson, dieser creepy Hausmeister. Dein geilen weißen Auge. Wenn ich sowas sehe, stelle ich mir vor, wie da einer rein gerät. Viele schlechte Horrorfilme gesehen. Gibt immer Hoffnung. Wo ist da School of Crossbones auf dem Tittenfässchen? Ich darf jetzt. Überall rein. Geh doch rein jetzt. Aubrey. Geh doch durch die Tür. Guck halt nur ne halbe Stunde. Das war, das war einfach dämlich. Oh. Ah. Ja, wieder. Der Saviur kommt, zu Ende. Wilsson? Restjau dich, Audrey. Du bist immer schade. Die Keeper kann sein, der auf schwere. Aber es ist nichts zu gefährden. Als ich mit dir bin, bist du sicher. You did this to me. You brought me here. You turned me into this thing. This doesn't make sense. I've never done anything to you. Open your eyes and look around you. None of this makes sense. Drawn walls. Nightmarish creatures. An ancient studio that died out almost 30 years ago. It's all fiction. Utter nonsense. And yet. In here. It exists. It breathes. It flourishes. Reality. Guided by its master's pin. The foundation for a new reality. We can bleed into our own. Just think of it. Anything we create in here. We can release. Out there. But first. This world must be controlled. Made safe. These. Things. These angels and demons. Are they really life? Or are they just. Stains. Old mistakes. Ready to be cleansed away. For newer. Greater things. What do you want from me? I need your help. To save my father's life. What? This is our start. We'll talk more once we're safely inside. I died. Soll ich selber schon 90. Wilson. Kapitel 5. Die dunkle Wiederbelebung. Okay. Das war's von dem Part würde ich mal sagen. Ich danke euch fürs Zusehen. Danke fürs Liken und Kommentieren. Und ja. Wir sehen uns wieder. Zu The Dark Revival. Mit Bendy. Tschüss.